Tage der Ermutigung. Wir freuen uns so sehr, dass du eingeschaltet hast, heute an diesem Tag, wo wir Ermutigung weitergeben wollen. Wir haben uns entschieden, dass, bevor ich predige, dass wir noch ein Zeugnis reingeben. Warum? Damit du ermutigt wirst, auch durch das Zeugnis. Jesus sagt, seid meine Zeugen. Wir haben verschiedene Leute gefragt, die euch dienen werden, auch durch das Zeugnis. Das bedeutet, ihr werdet jetzt gleich ein Zeugnis hören, ein Lebenszeugnis, wie Gott Menschen geheilt hat, verändert hat, wie Gott Menschen in sein Reich versetzt hat. Und nach diesem Zeugnis werden wir beide uns wiedersehen. Ja, hallo, ich bin der Alex, 50 Jahre alt, bin in Russland geboren als Deutscher und dort war immer unser Thema, zurück in die Heimat, in die Freiheit. Meine Mutter hat dort auch Probleme gehabt mit dem KGB, weil sie immer sich eingesetzt hat, dass wir in die Heimat dürfen nach Deutschland. Und bei uns war ein zentrales Wort immer in der Familie Freiheit. Und ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich mal in Deutschland bin, dann habe ich diese Freiheit, auch richtig Geld zu verdienen. Und ich dachte, wer Geld hat, der ist glücklich. Und als wir dann 79 nach Deutschland gekommen sind, habe ich dann versucht, auch gleich eine kaufmännische Ausbildung zu machen und habe mich wirklich danach ausgestreckt. Materialismus wurde zu meinem Gott. Und meine Mutter hat mir aber immer gesagt, nein, Gott ist der allein wahre Gott und er ist auch der Sinn im Leben. Aber das war für mich zu langweilig, uninteressant. Ich habe dann wirklich gedacht, wenn ich das volle Geldkonto habe und tolles Auto, dann habe ich alles. Auch Frauen werde ich dann genug haben und habe mich so auch dem hingegeben. Und als die Mauer fiel in die Grenze der Kalten Krieg vorbei war, kamen sehr viele Russlandsdeutsche nach Deutschland. Und ich habe dann gedacht, mit denen kannst du auch Geld verdienen. Ich habe dann angefangen, für die Russlandsdeutschen Tanzabende zu organisieren und habe dann wirklich ein gutes Nebeneinkommen gehabt zu meiner Ausbildung als Großhandelskaufmann in der Schmuckindustrie. Bis irgendwann mal die falschen Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, willst du wirklich das wahre große Geld verdienen? So bin ich leider in die organisierte Kriminalität abgerutscht. Wir haben dann Autos, Frauen verkauft, bis dann auch jemand kam und gesagt hat, mit dem Drogenverkauf macht man das richtig große Geld. Ich war dann leider mittendrin und konnte mich nicht befriedigen an dem Geld, das ich dann verdient habe. Ich wollte immer mehr. Es hat mich nicht zufriedengestellt, bis ich dann irgendwann mal das Zeugs daheim liegen hatte, die Drogen und es probiert habe, selber es probiert habe und bin dann leider ganz schwer in die Drogenabhängigkeit hineingeraten. Ich war zwölf Jahre schwer drogenabhängig. Ich habe dann alles verloren. Mein Beruf, auch die Mafia hat mich rausgeschmissen, weil ich zum Risikofaktor wurde als Selbstsüchtiger und meine ganzen Verwandtschaft, Familie, keiner wollte mich mehr sehen. Ich hatte in vielen Häusern Hausverbot und die einzigste, die zu mir gehalten hat, war meine Mutter, weil sie auch die einzigste bis dato gläubig war. Sie hat Gott kennengelernt in den Konflikten mit dem KGB, mit dem Kampf für die Ausreise nach Deutschland in Russland. Und sie hat dann mir immer von Jesus erzählt und hat gesagt, nur er kann dich herausführen aus dieser Gefangenschaft, der Sucht. Ich habe sie ausgelacht. Ich habe gesagt, ach du altes Mütterchen, du hast doch keine Ahnung. Und ich bin dann immer tiefer reingerutscht. Ich war dann auch im Abschaum der Gesellschaft total krank geworden von der Drogensucht. Und es wurde dann so schlimm, dass ich schwere Depressionen bekommen habe und auch nicht mehr leben wollte. Ich war dann wirklich so gefangen in der Sucht. Und Ärzte, auch Polizisten, auch Richter haben mich als einen hoffnungslosen Fall abgestempelt. Nur meine Mutter nicht. Sie hat sich immer auf die Bibelstelle gestellt, dass ich nicht zum Tode sein werde, sondern dass ich die Werke des Herrn verkündigen werde. Und sie hat immer gesagt, mein Sohn wird nicht sterben, er wird die Werke des Herrn verkündigen. Und sie hat dann mir, ist nicht müde geworden, von Jesus zu erzählen, hat immer wieder auch mich in Gottesdienste mitgenommen, hat mir sogar am Anfang dafür Geld gegeben, dass ich ja unter das Wort Gottes komme. Bis sie dann gesehen hat, dass ich das Geld für Drogen einsetze, dann hat sie es auch gelassen. Und am 18. Februar 2002 war ich dann so weit depressiv, dass ich gesagt habe, heute will ich sterben. Ich habe mir besonders viel Drogen gekauft und ich habe da bei meiner Mutter gelebt. Und sie hat immer gesagt, bitte schließ deine Zimmertür nicht zu, weil sie wusste, wenn irgendetwas passiert, wollte sie immer dann mir helfen können. Und am 18. Februar 2002 hatte ich dann meine Überdosis. Meine Mutter hat den Knall gehört. Ich bin auf den Boden gefallen. Sie sah, wie die Heroinspritze bei mir noch in den Venen gesteckt ist. Und ich habe damals ein Erlebnis gehabt, dass ich medizinisch gesagt in einem tödlichen Koma war. Ich habe einen Einblick bekommen in die unsichtbare Welt, was für mich vorher wie ein Märchen war. Himmel und Hölle, Gott und Teufel. Habe ich einen Einblick bekommen, dass das alles stimmt, dass es die Wahrheit ist. Ich war auf dem Weg zur Hölle und es war so ein schreckliches Empfinden. Und es ist dir dann auch in dem Augenblick auch sofort klar, wer du bist, woher du kommst und dass es einen Gott gibt und dass du verloren bist und getrennt von Gott bist. Und ich habe auch Stimmen gehört, die gesagt haben, jetzt gehörst du uns. Und ich habe dann so eine Angst gekriegt. Ich wollte nicht in diesem schrecklichen Ort landen. Sondern habe ich geschrien. Ich habe geschrien wie noch nie in meinem Leben und habe mich daran erinnert, was meine Mutter mir immer wieder gesagt hat. Wenn du mal in eine Situation kommst, wo du nicht mehr weiter weißt, schrei zu Jesus. Und da habe ich das dann gemacht. Ich habe sogar so geschrien. Ich habe gesagt, Jesus, wenn du mir noch eine Chance gibst, dann darfst du mit mir danach machen, was du willst. Und ich habe dann die Augen aufgemacht und ich war wieder zurück. Ich war wieder in meinem Körper drin, lag auf dem Boden, habe dann auch die Heroin-Spritze in meinem Arm gesehen. Aber ich habe auch gesehen, dass meine Mutter kniend über mir war und sie hat in Zungen gebetet und hat so richtig Gottes Thron bestürmt. Und sie hat mir dann noch später gesagt, sie hat keinen Notarzt gerufen. Sie wusste, da geht es um Sekunden, um Leben und Tod. Und sie hat einfach in die unsichtbare Welt hineingesprochen, dass mein Sohn wird nicht sterben und hat wirklich auch im Geiste gerufen und mich vom Tod zurück ins Leben durch ihren Gebete geholt. Und als ich dann zu mir kam, habe ich gesagt, Mama, gib mir sofort eine Bibel. Ich habe dann die ganze Nacht in der Bibel gelesen. Mir war klar, ich brauche das Wort Gottes, um auch die nächsten Schritte richtig zu tun. Ich musste diesen Gott kennenlernen. Ich habe mich dann auch auf eine christliche Therapie angemeldet und habe dann auch mich bekehrt. Aber ich war noch voller Drogen. Mein Körper hatte eine sehr hohe Dosis und deswegen musste ich vor der Therapie auf eine Entgiftung. Und dort haben die Ärzte gesagt, bei deiner hohen Dosis werden wir eineinhalb Monate mindestens brauchen, um dich runter zu dosieren. Nach acht Tagen habe ich die Entzugsklinik verlassen. Was war passiert? Am achten Tag der Entgiftung hatte ich so eine schreckliche Nacht. Das können wirklich nur die fühlen oder wissen und verstehen, die selber mal schwer drogenabhängig waren. Der Drogenentzug ist schrecklich. Es ist wirklich die Höhle auf Erden. Dir tut alles weh. Das Gewebe, die Knochen, die Zellen, das Gehirn und du hast dann so einen Zustand, dass du am liebsten sterben würdest, um diese Schmerzen nicht mehr zu ertragen. Aber meine Mutter hat mir ganz viele Bibelstellen mitgegeben, so Art Fresszettel, wo dann drauf stand, dass ich durch die Striemen Jesu Heilung habe. Und ich habe das dann angewandt, weil ich wollte die Entgiftung nicht abbrechen, weil ich wusste, dann ist es mit mir vorbei. Ich bin dann sogar auf mein Bett gestiegen, weil ich dachte, dann bin ich dem Himmel näher und habe die Bibelstellen Gott vorgehalten und habe gesagt, da steht es doch geschrieben, dass ich durch dein Opfer auf Golgatha Heilung bekomme. Und ich habe dann wirklich an Gottes Rockzipfel bildlich gesprochen, geschüttelt und habe ihm dann auch gesagt, Herr, hilf mir. Und ich möchte dann auch die großen Dinge erzählen, die du an mir tun wirst. Und ich habe dann gespürt, wie eine Kraft über mich kam. Heute weiß ich, es war die Taufe im Heiligen Geist. Ich habe dann auch ein paar Bruchstücke, Worte gesagt, die ich nicht verstanden habe. Aber diese Kraft hat mich geheilt. Ich bin dann so erleichtert gesund geworden in dem Augenblick, dass ich so froh war und glücklich und wir mussten auf der Entgiftung auch immer Urin abgeben. Das war die Kontrolle, ob wir Drogen weiterhin nehmen oder nicht und ob die Dosierung auch gesund weiter vorangeführt wird. Und der Arzt hat mich zu sich gerufen am nächsten Tag, voll böse. Er hat gesagt, ihr Drogensüchtigen, ihr wollt mich immer belügen. Ich habe gesagt, was ist denn passiert? Er hat gesagt, du hast einen Urin abgegeben, der keine Drogeninhalte hat. An dem Tag musste ich sogar insgesamt noch dreimal pinkeln, weil sie konnten es nicht glauben, dass mein Urin keinen Nachweis mehr von Drogen hatte. Weil wenn Jesus frei macht, macht er richtig frei. Und dieses Wort Freiheit, was für uns in Russland so entscheidend war, um nach Deutschland zu kommen, habe ich jetzt ganz neu verstanden. Die Freiheit auch von Sünden, die Freiheit auch von Drogen sucht. Wenn Jesus frei macht, er ist richtig frei. Johannes 8. Und ich bin dann wirklich auch auf die christliche Therapie gegangen und Gott hat dann auch zu mir gesprochen. Ich soll bezeugen, was er Großes an mir getan hat. Und ich habe dann eins gelernt, das kennt ihr ja jetzt in letzter Zeit, in der Corona-Situation begrüßt man sich ja sehr oft mit diesem Gruß, Fäuste aneinander. Und ich habe prophetisch für diese Botschaft auch heute gezeigt bekommen von Gott, dass ich euch das mit auf den Weg geben darf. Wie begegnen wir dem Feind oder den Umständen, die uns quälen? Ich habe dann eins von meiner Mutter gelernt. Diese Faust besteht aus fünf Fingern und jeder Finger hat dann eine Bedeutung für euch einfach auch leicht zu merken. Der erste Finger, das sind fünf Gs. Das erste G war Gemeinschaft. Es ist kein Einzelkampf. Meine Mutter hat Christen gesucht, die ihr dann auch Ratschläge gegeben haben, wo sie auch gemeinsam die Not von mir vor Gottes Thron gebracht haben. Der zweite Finger, das zweite G ist das Gebet. Sie haben zusammen gebetet und sie haben mich zwölf Jahre getragen im Gebet. Heute weiß ich, warum ich sehr viele Situationen überlebt habe, weil Menschen für mich gebetet haben. Das dritte G ist die Geduld. Wir brauchen, um ins Ziel zu kommen, Geduld. Und Glaube bedeutet auch Geduld. Und ich bin froh, dass meine Mutter nicht nach 11,5 Jahren aufgegeben hat, sondern dass sie durchgehalten hat, bis der Sieg da war. Und das vierte G ist der Geist Gottes. Sie selber konnte manchmal nicht mehr. Sie war am Ende mit ihrer Kraft, aber sie konnte durch den Heiligen Geist göttliche Kraft auftanken. Und das hat ihr auch die Kraft gegeben im Kampf gegen den Feind. Und das fünfte G ist der Gottesdienst. Aber der Gottesdienst nicht, so wie wir das kennen als Versammlung, das natürlich auch, sondern der Dienst an Gott. Und sie hat durch diesen Dienst an Gott, und die Bibel sagt, der wahre Dienst an Gott ist, ihm Lobpreis und Ehrerbietung darzubringen. Und sie hat trotz der schwierigen Nöte und Umstände angefangen, Gott zu ehren, zu loben und zu danken. Sie hat einige Jahre Gott immer erzählt, wie groß ihre Probleme sind. Aber nachdem sie das verstanden hat, Gott zu ehren, hat sie den Problemen erzählt, wie groß ihr Gott ist. Und diese fünf Gs machen dann den Glauben, das sechste G. Und mit diesem Glauben hat sie dann auch dem Feind begegnet. Und das Beste ist, die Bibel sagt uns ja auch, das siebte G, das Wort Gottes. Es ist so wichtig. Mit dieser Hand, mit diesen Glaubenspunkten hat sie dann das Wort Gottes genommen. Und das ist das Schwert, das zweischneidige Schwert, so wie Epheser 6 sagt auch, er greift das Wort Gottes. Das war auch gleichzeitig ihr Fundament. Und sie konnte mit dem Wort Gottes dem Feind immer eins auswischen. Und die Bibel sagt ja auch, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und das Wort Gottes war auch mein Durchbruch. In der Entgiftung, auch später, als ich viele Krankheiten hatte durch die Drogensucht. Ich hatte auch eine kaputte Leber, die unheilbar war. Aber dann habe ich durch Psalm 103, wo es heißt, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen, habe ich dann dieses Bibelwort in Anspruch genommen. Und ich habe gesagt, so, liebe Leber, auch wenn du kaputt bist, aber heute beten wir und loben wir Gott. Und dann habe ich gewusst, dass Krankheit Gott nicht loben kann. Und dann ist die Krankheit von alleine verschwunden, weil sie es nicht ertragen kann, wenn Gott die Ehre bekommt. Und so möchte ich euch auch wirklich das mit auf den Weg geben. Wenn ihr entmutigt seid, wenn ihr auch schwach geworden seid oder wenn ihr denkt, ach, früher hat Gott so große Dinge in der Bibel getan, aber heute ist das irgendwie alles nicht sichtbar. Nein, nein, nein. Meine Mutter hat es erlebt, dass der Gott derselbe ist, wie er damals in der Bibel war, auch heute. Und so kannst du mit diesem Glauben und mit dem Wort Gottes eine Antwort bekommen und auch deinen Umständen die richtige Begegnung auch geben. Und so danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch Gottes Segen und alles Gute in Jesu Namen. Amen. Ente oder Adler? Die Frage ist, was bist du? Bist du eine Ente oder bist du ein Adler? Wir möchten zusammen in das Wort Gottes hineinschauen und steht drin im Psalm 103, Vers 1 bis 5. Psalm 103, Vers 1 bis 5. Preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht all seine Wohltaten. Der, der vergibt all deine Sünden, der, der heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Der mit Gutem sättigt dein Leben oder mit Gutem sättigt dein Alter. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Hier beschreibt uns David in den Psalmen diese Eigenschaft eines Adlers. Er beschreibt uns hier, dass deine Jugend sich erneuern kann wie bei einem Adler. Ich möchte es gleich prophetisch hineinsprechen, in dein Leben hinein. Vielleicht geht es bergab und du denkst immer, ich werde immer älter und immer schlimmer und immer schlechter. Die Wahrheit ist, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. So steht es drin in den Psalmen und ich möchte dich ermutigen, dass du das, was das Wort sagt, auch ernst nimmst. Wie beginnt es aber? Die Bibel sagt hier, preise den Herrn meine Seele. Wenn du erleben willst, dass deine Jugend sich erneuert wie bei einem Adler, funktioniert es nur, wenn du anfängst, Gott zu preisen, mitten in diesen schwierigen Umständen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir haben die Verheißung, der, der vergibt all deine Sünden, der, der heilt alle deine Krankheiten. Ich selber wurde geheilt von einer unheilbaren Krankheit und ich kann dir eins sagen, Gott ist derjenige, der dich heilen kann, der dich heilen will und der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Durch seine Streben ist die Heilung geworden. Halte das fest, was Gott dir da sagt. Der dein Leben erlöst aus der Grube oder aus dem, aus dem Tief, Tiefphase, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Vielleicht bist du in einer gruben Zeit, vielleicht bist du in einer Zeit, wo du rumsetzt und dich weiter weißt. Aber die Verheißung ist, er erlöst dich aus der Grube und der mit Gutem sättigt dein Leben, dein Alter. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Wir wollen heute reinschauen, was bedeutet diese Erneuerung, was bedeutet diese Verheißung in Psalm 103, dass deine Jugend sich erneuert wie bei einem Adler. Jesaja Kapitel 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das Wort Gottes verheißt uns hier eine Verheißung, gibt uns hier einen Zuspruch, gibt uns hier eine Zusage und die ist so besonders, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das ist die Verheißung, die auf den Herrn harren. Wenn du auf den Herrn hoffst, bekommst du neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügel wie Adler. Es gibt eine Möglichkeit für Menschen, die auf Gott harren, die auf Gott schauen, dass sie ihre Flügel wieder ausbreiten und fliegen wie Adler. Vielleicht haben die Menschen dich runtergehauen, die Menschen haben dich vielleicht runtergekriegt, runtergedrückt. Aber Gott sagt hier, du kriegst neue Kraft. Dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist die Verheißung, die wir haben. Wir wollen da hineinschauen. Was hat das für eine Auswirkung? Was hat das für eine Auswirkung in deinem Leben? Was hat das zu tun mit Tage der Ermutigung? Wir leben in einer Zeit, die so zugedrückt wird mit Angst, so zugedrückt wird mit Entmutigung. Menschen wissen nicht, wie geht es weiter? Wie wird es mit meiner Arbeitsstelle sein? Wie wird es mit meiner Familie sein? Wie wird es mit meiner Gesundheit sein? Wie geht es weiter? Wie ist es mit den Impfungen? Wie ist es weiter mit meinem Job? Wie funktioniert die Welt? Wie geht es weiter? Und so viel Entmutigung und Leute wissen nicht weiter. Aber es gibt einen, der dir helfen kann. Es gibt den Gott, den König der Könige. Und wenn du auf ihn hast, wenn du auf ihn vertraust, wenn du auf ihn hoffst, bekommst du neue Kraft. Neue Kraft. Menschen, die auf Jesus hoffen, die auf dem Vater vertrauen, bekommen neue Kraft. Und das sind Menschen, die auffahren mit ihrem Flügel, wie Adler. Ich möchte dich ermutigen darin, dass du kannst wandeln und nicht müde werden. Du kannst laufen und nicht matt werden. So sagt das Wort. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du der Adler wirst, der da schon hineingeboren ist. Diese DNA liegt in dir drin. Und dass du diese DNA entfachst. Was hat das für Auswirkungen? Was bedeutet das, wenn wir wie ein Adler aufstehen? Zweite Korinther Kapitel 4 Vers 16 sagt, dass es eine Erneuerung gibt oder eine nicht ermatten. Und wir lesen zusammen, deshalb ermatten wir nicht. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Ich möchte dich ermutigen, egal was passiert mit deinem Körper, egal was außenrum ist, wie am Matten nicht. Auch wenn der äußere Mensch, steht da drin, wenn er aufgerieben wird, so wird der innere Tag für Tag erneuert. Und diese Erneuerung gibt es für Adler. Diese Erneuerung gibt es für Menschen, die sich entscheiden, wie ein Adler aufzufliegen. Und ich wünsche mir das von Herzen, dass Tage der Mutigung bedeuten, Tage, wo du dich entscheidest, deine Flügel, die Gott dir gegeben hat, nicht im Entengefängnis zu sein, nicht im Hühnerstall zu sein, nicht in einer Beschränkung zu sein, sondern dass du sagst, nein, ich mache meine Flügel auf und der Heilige Geist gibt dir diesen Wind und du fängst an zu fliegen. Und du wirst erst dann erfüllt und zufrieden leben können in deiner Berufung, in deiner Bestimmung. In dem Moment, wenn du anfängst zu fliegen mit deinen prophetischen Flügel, mit deiner Berufung, sodass du anfängst zu fliegen, während alle anderen auf dem Boden sind und wir Enten rummachen, bist du jemand, der wie ein Adler aufsteigt da drin. Und das sind Tage der Ermutigung, wenn du anfängst, das zu tun, was als DNA in dein Herz hineingelegt wird. Psalm 51, Vers 14 sagt, lass mich wiederkehren, die Freude deines Heils oder lass mir wiederkehren, die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Da ist eine Möglichkeit, dass deine Heilsfreude wieder zurückkommt. Wenn Menschen dich entmutigen, sind die Adler diejenigen, wo diese Freude wieder zurückholen, diese Freude wieder ergreifen, diese Freude wieder hochholen. Und hier sagt Psalm 51, Vers 14, lass mir wiederkehren, die Freude deines Heils. Die Freude Gottes wurde in dein Herz hineingelegt und ich möchte dich ermutigen, dass du dich entscheidest für die Freude. Egal welche Nachrichten kommen, egal welche Briefe du kriegst, egal welche WhatsApp Nachrichten kommen, egal welche E-Mails du bekommst, egal welche Nöte auf dich einströmen, es gibt für die Adler eine Freude, die sie ergreifen können, die sie nicht loslassen, die sie nicht wegschmeißen, sondern sie sagen nein, lass mich wiederkehren, die Freude deines Heils. Adler sind Leute, die sich für die Freude entscheiden und in der Freude leben. Wenn du als Adler fliegst, hat das Auswirkungen auf deine Gaben, auf deine Berufung und auf deine Vision. Und das steht in 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 6. Paulus erklärt hier zu seinem geistlichen Sohn Timotheus und spricht, aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. In dir ist durch das Auflegen meiner Hände. Ich möchte dich auch ermutigen, wenn du jetzt zuschaust, Konferenzteilnehmer bist, hier bei diesen Tagen der Ermutigung, möchte dich ermutigen, dass du die Gnadengabe anfachst, dass du die Gnadengabe, die in dein Herz hineingelegt wurde, die Gaben, die Gott in dein Herz entfachen lassen will, dass du sie nimmst und dass du sie anfachst in deinem Leben. Dass du sagst, Jesus, ich entscheide mich, in meiner Berufung zu leben. Ich entscheide mich, in der Vision zu leben. Ich entscheide mich, in meinen Gaben zu leben. Und es geht nur dann, wenn du dich entscheidest, ich möchte meine Gaben wieder entfachen. Mach es, mach es, ganz am Herzen. Und ein Adler hat die gute Sache, nämlich es gibt eine Erneuerung. Die Bibel sagt es, das ist eine Erneuerung. Der Jugend wird sich wie erneuern. Der Leben wird sich erneuern, wird sich wie frisch machen. Und 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17 sagt, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und die Bibel sagt hier ganz direkt zu dir, das Alte ist vergangen. Ich möchte es prophetisch hineinsprechen in dein Leben. Das Alte ist vergangen. Die alten Dinge sind vergeben. Die alten Dinge sind zu Ende. Bitte vergib dir selber. Bitte vergib deinem Nächsten. Bitte vergib den Leuten, die dich verletzt haben. Das Alte ist vergangen. Ein Adler, der mit einer Kette der Vergangenheit auf dem Boden festgehalten wird, kann niemals seine Flügel ausbreiten, sodass der Wind ihn hochtragen kann. Bitte lass diese Kette an deinem Fuß los. Schmeiß diese Kette der Vergangenheit weg. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Etwas Neues wartet auf dich. Tage der Ermutigung bedeutet es, dass du bereit bist, die Ketten deiner Vergangenheit loszulassen und sagen, ich vergebe, auch wenn ich einen Machtmissbrauch erlebt habe, Leiderschaftsmissbrauch, wenn ich in der Ehe etwas Heftiges erlebt habe, wenn Leute mich fertig gemacht haben, im Geschäft, in der Familie, wo auch immer. Ich möchte dich ermutigen, dass du wie ein Adler loslässt, vergibst und die Ketten werden abgerissen werden, auch in deinem Leben. Und dass du sagst, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das Beste wartet noch auf dich. Lieber Zuhörer, lieber Konferenzteilnehmer, ich möchte es dir zusprechen. Wenn du in Christus bist, so bist du eine neue Schöpfung. Du bist keine Ente, du bist eine neue Schöpfung. Mit deiner Wiedergeburt bist du eine neue Schöpfung geworden und das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das Alte ist weg, Neues ist geworden. Wir wollen hineingehen in die Frage, bist du eine Ente oder bist du ein Adler? Wie können wir herausfinden, wie können wir wissen, ob wir eine Ente sind oder ein Adler sind? Wie können wir das sehen? Bevor wir da hineingehen und bevor wir reinschauen, möchte ich euch ein bisschen erzählen von dem Leben eines Adlers. Wie funktioniert dieses Leben eines Adlers? Ich möchte dich ermutigen, dass wenn du diese Geschichte dazu hörst, dass du eins verstehst. Du hast eine DNA in einem Adler. Du hast eine DNA eines Adlers. Und Psalm 103 sagt, dass deine Jugend erneut sich wie bei einem Adler. Oder was wir gelesen haben, dass du deine Flügel ausbreitest wie ein Adler. Und diese DNA ist von Gott in dich hineingelegt. Du bist kein Massenprodukt wie eine Ente oder ein Huhn. Du bist ein besonderes Geschöpf Gottes. Etwas Besonderes, das teuer erkauft wurde von Jesus Christus. Teuer erkauft durch ihn und sein Blut. So ein Adler. Wie wird so ein Adler geboren? Wie funktioniert das? Es gibt eine Adlermama und einen Adlerpapa. Und beide entscheiden sich, Kinder zu bekommen. Beide entscheiden sich, diese schöne Geburt zu machen. Dieses Leben zu schenken. Und so hat, bevor du geboren wurdest, hat der himmlische Vater gesagt, hey, lass uns Menschen machen in unserem Bilde. Uns ähnlich. Gott hatte eine Vision, als er dich geschaffen hat. Gott hat sich richtig gefreut, bevor er dich geschaffen hat. Gott hat sich richtig, hat ein ganzes Wesen in dich hineingegeben. Du hast Eigenschaften von Gott bekommen. Und Gott hat dir etwas gegeben, was nur du hast und sonst kein anderer. Und so ist der Adler Mama und die Adlerpapa. Sie freuen sich auf dieses kleine Kind, das bald kommen wird. Auf das kleine Adlerbaby. Und dann geht es los. Sie holen sich alle möglichen Äste, bauen so ein schönes, schönes, ganz großes Nest. Machen alles schön, holen Spielzeug da rein. Und dann kommt der Moment, kurz bevor der Geburt, kommt die Mutter und reißt sich die eigenen Federn aus ihrem Gestrüpp raus und macht ein schönes Nest, wo die Adlerbabys drin geboren werden. Was passiert dann? Die Geburt kommt und die Adlerbabys sind da drin. Die Adlerbabys wachsen auf. Und das Erste, was sie erleben, wow, alle kümmern sich um uns. Vielleicht hast du das auch erlebt. Du bist in eine Gemeinde gekommen, du bist irgendwo angekommen und alle haben sich um dich gekümmert. Alle waren so richtig freundlich, alle waren so richtig schön drauf und alle haben sich nur um dich gesorgt. Und so sind diese Adlerbabys, die werden umsorgt in allem. Sie müssen nur ein bisschen schreien und schon kommt der Adlerpapa mit mit irgendwelchem Essen und es wird alles gesorgt. Und diese Adlerbabys denken, das ist das Beste, was es gibt. Ich lebe voll in meiner Berufung, ich lebe voll in meiner Erfüllung. Aber irgendwann mal wachsen sie und wachsen sie und wachsen sie. Und die Adlermutter entscheidet sich. Diese Babys müssen anfangen zu fliegen. Wenn diese Babys niemals lernen zu fliegen, werden sie ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Um echte Adler zu werden, nicht nur geboren werden als Adler, sondern zu leben als Adler und ihr Leben meistern zu können, müssen sie das lernen, auch zu fliegen. Und was passiert dann? Die Adlermutter sagt, alles klar, jetzt schmeiße ich alle Spielzeuge raus. Ich nehme diese schönen Federn, schmeiße ich raus. Und plötzlich wird es nicht mehr so schön gemütlich, sondern alles piekst irgendwo. Es wird ungemütlich. Und die Adlerbabys denken, was ist da passiert mit meiner Mutter? Was ist passiert mit meinen Eltern? Warum ist diese schöne Zeit zu Ende? Und vielleicht hast du etwas Ähnliches erlebt. Du hast erlebt, wie Menschen dich geliebt haben, angenommen haben, wunderbar umsorgt haben, aber plötzlich werden sie komisch. Plötzlich wird es unangenehm. Die Leute pieksten. Die Umgebung wird plötzlich komisch. Die Gemeinde wird komisch. Die Freunde werden komisch. Was ist hier los? Sind die verrückt geworden oder was? Und so denken diese Adlerbabys, was ist jetzt passiert? Aber die Adlermutter weiß, damit ein Adler auch als Adler leben kann, brauchen sie diese Erfahrung, dass sie anfangen zu fliegen. Und so ist auch unser Gott. Damit er weiß, dass du als Adler leben kannst. Nicht nur vegetieren irgendwo, sondern dass du in deine volle Berufung reinkommen kannst. Damit du lernst, geistlich zu fliegen. Damit das zustande kommt, musst du diese Erfahrung haben, wo es unangenehm wird, wo es ungemütlich wird, wo Leute pieksen. Und dann denken sie, das Schlimmste ist schon hinter uns. Unangenehm, aber okay, wir können hier leben. Und dann kommt der Moment, wo die Babys fliegen lernen dürfen. Wie funktioniert das? Die Adlermutter nimmt diese Kleinen auf ihre Flügel. Die hat große Flügel und hinten drauf die Babys. Und sie fängt an zu fliegen. Zum ersten Mal erleben sie zu fliegen. Und sie denken, wow, das ist ja richtig cool hier. Sie sind auf der Schulter der Mutter drauf und sie gucken rum. Wow, das ist ja richtig schön hier. Habe noch nie erlebt. Aber sie fliegen rum, sie fliegen rum und sie geht ganz, 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 ganz hoch. Und dann passiert etwas, was ein Schock des Lebens produziert manchmal bei den Adlerbabys. Und sie dreht die Flügel um und die Babys fliegen mit dem freien Fall nach unten. Und jetzt denken die Babys, meine Mutter ist jetzt total verrückt geworden. Sie schmeißt mich direkt in den Tod. Vielleicht hast du sowas auch mal erlebt in deinem Leben. Wo du denkst, was jetzt passiert, macht mein ganzes Leben kaputt. Aber die Verheißung ist, Gott erneuert seine Jungen. Gott rettet dich. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Die Mutter, die Adlermutter weiß, nur wenn sie das packen, können sie als Adler leben. Und Gott weiß, nur wenn du deine Lektion lernst, kannst du als Adler auch leben. Tage der Mutigung bedeutet, du weißt eins, ich habe eine DNA eines Adlers und die Umstände meines Lebens werden wir nicht zerstören, sondern ich werde stärker rauskommen aus diesen Problemen, wie ich reingekommen bin. Die Babys fliegen von oben nach unten. Es ist schrecklich. Die denken gleich, werden sie auf dem Boden aufknallen und ihr Leben ist zu Ende. Warum hat meine Mutter das zugelassen? Vielleicht hast du auch diesen Gedanken gehabt in deinem Leben. Gott, warum hast du das zugelassen? Warum hast du den Tod meines Kindes zugelassen? Gott, warum hast du die Scheidung zugelassen? Gott, warum hast du diesen Leidenschaftsmissbrauch zugelassen? Gott, warum hast du diesen Mobbing in meinem Geschäft zugelassen? Vielleicht hast du auch diese Frage. Gott, warum? Aber die Adlermutter weiß, damit das Baby zu einem echten Adler wird, müssen sie diese Prüfungen durchgehen. Und ich möchte dich ermutigen, diese Umstände werden dich nicht zerstören, sondern der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und du wirst stärker aus dem Sturm rausgehen, wie du reingegangen bist. Aber bitte vertraue uns im Herrn Jesus Christus. Vertraue ihm von ganzem Herzen. Und was passiert? Kurz vor dem Aufprall, diese Babys kommen auf den Boden, kurz vor dem Aufprall, kommt die Mutter, fängt das Ding auf und sie denken, wow, ich bin gerettet. Mit einem Ziel, damit das ganze Ding noch einmal geschieht. Sie fliegen wieder hoch, lässt sie fallen, das Kind fliegt auf den Boden, kurz vor dem Aufprall, tut sie wieder, wieder fangen. Und das ist die ganze Zeit, bis zu einem Moment, während dieses Adlerbaby auf den Boden fliegt, merkt es plötzlich, hey, ich habe da so zwei Dinger dran bei mir. Ich glaube, das sind Flügel. Und ich benutze sie mal. Und in dem Moment, wo sie ihre Flügel aufmachen, fangen die Kleinen an zu fliegen. In diesem Moment hat ihr Leben sich verändert. In diesem Moment beginnt ein Leben, wo sie sich selbst versorgen können, selbstständig werden, wo sie ihre Verantwortung wahrnehmen können, wo sie selber Essen suchen können und wo sie in die Reife hineinkommen. In diesem Moment, wo sie anfangen, ihre Flügel aufzumachen, fliegen sie wie Adler. Das ist das, was Jesaja 40, Vers 31, was wir schon gelesen haben zusammen. Sie kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass der Moment kommt, nicht, dass du fragst, Gott, warum hast du zugelassen, sondern dass du auffahrst mit deinen Flügel wie Adler. Und Gott will es von ganzem Herzen, dass du anfängst zu fliegen. Und wenn du anfängst zu fliegen, wird dein Leben niemals mehr so sein wie früher. Niemals. Wenn du anfängst, deine Flügel aufzumachen und loszulassen, was in der Vergangenheit war und anfängst zu fliegen, wird dein Leben sich total verändern. In meinem Leben kann ich dir eines sagen, mein Leben hat sich total verändert. In dem Moment, wo ich angefangen habe, meine Flügel aufzumachen und zu fliegen wie Adler. In den Tagen der Ermutigung hörte ich viele Zeugnisse, auch vor meinen Predigen. Das sind Adler, Adler Gottes, die kurz vor dem Bankrott waren, die kurz vor dem Tod waren, die kurz davor waren, dass sie alles verlieren. Aber sie haben ihre Flügel aufgemacht und sie wurden gerettet, geheilt, neu gemacht, freigemacht. Ich möchte nein sprechen in deinem Leben. Gott kann deine Situation retten. Gott kann deine Umstände verändern. Gott kann deine Ehe heilen. Gott kann deine Finanzen richten. Er kann alles tun, aber fang an, deine Flügel aufzumachen. Wie funktioniert das? Wir wollen das gleich zusammen lernen. Wir wollen gleich zusammen hineinschauen und wir wollen einen Vergleich starten zusammen. Bist du eine Ente oder bist du ein Adler? Was bist du? Ich möchte jetzt ein paar Eigenschaften dir zeigen und du kannst dich selber widerspiegeln, was bin ich, Ente oder Adler? Die Frage ist, wie komme ich hin zu dieser Adler-Eigenschaft? Wie komme ich hin zu diesen besonderen Adler-Sein? Und ich möchte es dir zeigen mit Hilfe so einer Tabelle, die wir extra für dich hier vorbereitet haben. Enten und Adler. Bist du eine Ente oder bist du ein Adler? Die Enten sagen immer, das kann ich mir nicht leisten. Ein Adler sagt, wie kann ich mir das leisten? Die Enten sind Pessimisten. Die Adler Optimisten. Die Enten erzählen sich gegenseitig ihre negativen Erlebnisse. Sie halten sogar Entenversammlungen zu diesem Zweck ab. Die Adler berichten überwiegend positive Dinge. Ich möchte dich ermutigen, an deinen Worten hängt die Eigenschaft, ob du quarkst wie so eine Ente oder ob du redest wie ein Adler. Ich habe mich in meinem Leben entschieden, dass ich nicht negativ spreche, weil Tod und Leben sind der Gewalt meiner Zunge. Und ich kenne so viele Enten, die als Adler eine DNA haben, die berufen sind zu fliegen und sie treffen sich beim Kaffeeklatsch irgendwo und sie quaken die ganze Zeit über die Probleme der Welt. Über die Probleme in der Gemeinde, über die Probleme von dem und dem. Und das zerstört alles, weil die Enten, die quaken nur rum und die machen auch noch tolle Entenversammlungen. Ich möchte dich ermutigen, verlasse die Entenversammlung und treff dich mit den Adlern Gottes. Adler, die erleben genauso viele Probleme, aber sie berichten eins, die Größe Gottes. Sie berichten von dem, was sie überwiegend positive Dinge. Die Enten, die tun nur das Nötigste und oft einmal nicht das. Die Adler gehen die extra Meile, tun mehr, als irgendjemand von ihnen erwarten könnte. Und ich kenne die Adler, die alles abgeben, die bereit sind, alles zu tun, alles zu geben für den einen, der alles gegeben hat für ihn. Das ist Jesus Christus. Die Enten, sie arbeiten langsam. Ihr Lebensmotto lautet, ich bin bei der Arbeit und nicht auf der Flucht. Die Adler erledigen alles so schnell wie irgend möglich. Und wenn du solche Leute kennst in deinem Geschäft, in deiner Umgebung, möchte ich ermutigen, die Bibel sagt zu diesem Punkt. Alles, was ihr tut, tut nicht für Menschen, sondern für Gott. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht denkst, dein Arbeitgeber ist dein Chef und der gibt dein Gehalt. Vielleicht ist das aus weltlichem System so. Aber dein echter Chef ist Jesus Christus und du arbeitest nicht für deinen Arbeitgeber, du arbeitest für Gott. Ich möchte dich ermutigen, dass du wie ein Adler auch so arbeitest. Enten wissen alles besser und finden Gründe, um nichts zu tun. Die Adler sind lernbereit und tun das einfach. Und das erlebe ich oft als Enten. Alles, was gemacht wird, wissen sie besser. So nicht, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Und dann finden sie Gründe und sagen, nein, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Aber die Adler, die haben genauso wenig Arbeiten, die wissen gar nicht, aber sie wissen eins, ich will lernen bis zu meinem Lebensende. Ich will lernen und ich will lernen auch von anderen Leuten. Und sie sind bereit, das einfach zu tun. Enten finden Ausreden, Adler finden Lösungen. Möchte ich ermutigen, dass dein Leben ein Leben wird voller Lösungen. Du siehst das gleiche Problem, aber du entscheidest dich für die Lösung Gottes. Und die Lösung ist immer das, was Jesus gesagt hat am Kreuz von Golgatha. Es ist vollbracht. Enten. Sie gehen kein Risiko ein, aber Adler haben manchmal Angst, genauso wie die Enten, aber sie handeln trotzdem, sie sind mutig. Der Unterschied ist, dass die Enten gefangen werden von Angst. Und nein, und nein, und nein, und nein. Aber die Adler sagen, hey, mir egal, koste es, was es wolle. Ich bin bereit. Ich bin bereit, alles zu geben, auch da drin. Unsere lieben Enten, sie arbeiten von zehn bis sechs. Die Adler arbeiten von sechs bis zehn und sind bereit, mehr zu geben. Nicht für ihren Chef, sondern mehr zu geben, weil sie eins wissen, ich will alles geben für den, der alles gegeben hat für mich. Sie brennen nicht aus, sondern sie kriegen neue Frische bei Gott. Unsere lieben Adler, sie suchen in jeder Chance, äh, ne, unsere lieben Enten, sie suchen in jeder Chance die Probleme. Aber Adler erkennen in jedem Problem die Chance. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Wie redest du über diese Corona-Zeit? Wie redest du über deine Gemeinde? Wie redest du über deine Gesundheit? Und so viele Enten quaken rum und schreiben irgendwelche Nachrichten hin und her und verschicken Videos von irgendwelchen Problemdingen, die jetzt gerade auf dieser Erde sind. Aber die echten Adler, die rumfliegen, und die sind nicht viele, die echten Adler, die rumfliegen, die sehen genauso die Probleme im Corona, genauso die Probleme im Finanziellen, im Geschäft, in den Gemeinden, überall in unserer Gesellschaft. Aber sie haben eins verstanden, sie sehen eine Chance. Und ich möchte dich ermutigen, dass du mitten in den Problemen eins verstehst, es gibt eine große, große, große Chance. Ich möchte ein Zeugnis erzählen von unserer Gemeinde hier. Wir haben genauso die Corona-Krise erfasst bekommen. Wir mussten die Gemeinde zumachen. Aber wir hatten eine Chance erkannt. Und das bedeutet hier diese Chance, dass wir online gehen können. Und dadurch wurden so viele Menschen berührt durch die ganzen Videos, von denen du auch gerade gesegnet bist. Und so viele Leute wurden geheilt am Bildschirm. So viele Leute haben sich bekehrt am Bildschirm. So viele Leute wurden von Dämonen ausgetrieben, haben Freiheit erlebt. Ich möchte dich ermutigen, in Zeiten der Krise, wie wir gerade erleben, in Zeiten der Krise, werden Adler geboren. Und Adler werden diejenigen, die eine Chance in ein Problem sehen. Enten sind diejenigen, die weiter über ihre Probleme quaken. Aber Adler sind die, die die Chance haben. Ich möchte dich ermutigen, dass du auf die Chance guckst und nicht auf das Problem schaust. Über Probleme reden können wir alle. Aber diejenigen, die sagen, nein, ich schaue nicht darauf, ich schaue auf die Chance mit Gott. Das sind die, die auffahren mit ihrem Flügel wie Adler. Bitte mach das. Bitte mach das. Tage der Mutigung sind Tage, wo du entscheidest, ich fahre auf wie ein Adler. Enten reden schlecht über Anwesende und fühlen sich dadurch besser. Adler reden positiv oder schweigen. Ich bin ganz oft in solchen Entenversammlungen, wo irgendwie drei, vier, fünf Leute, 20, 30 Leute zusammensitzen und die quaken alle wie Enten rum. Problem über Problem über Problem. Und sie lästern über andere, sie reden schlecht über andere und dann sagen, Daniel, was denkst du? Und ganz oft kann ich nichts dazu sagen, weil ich mich entschieden habe, entweder rede ich positiv oder ich schweige. Und ich suche einen Grund, was kann ich da Gutes sagen, was kann ich Gutes hineinbringen. Weil ich eins weiß, in meinem Mund ist Kraft über Tod und Leben. Ich möchte dich ermutigen, Adler reden positiv oder schweigen. Bitte wisse, wann du deinen Mund zuhältst und bitte wisse, wann du deinen Mund aufmachst. Wenn du deinen Mund öffnest als Adler, kommt Leben heraus, Ermutigung heraus. Tage der Ermutigung bedeutet, du legst die Entmutigung ab aus deinem Mund, aus deinem Herzen, aus deinem Wesen und nimmst die Ermutigung, das Positive an und sprichst es aus. Adler sind Leute, entweder reden sie positiv oder sie schweigen. Enten brauchen meist lange, um eine Entscheidung zu treffen und werfen diese aber wieder schnell über den Haufen. Adler hingegen, sie entscheiden schnell, weil ihre Werte klar sind und sie ihrer Intuition vertrauen, Intuition oder dem Heiligen Geist. Als, wisst ihr, ich kriege ganz viele Anfragen immer wieder, kannst du bitte damit machen und bei dem Projekt und bei dem Projekt und ich weiß ziemlich schnell immer, nein, 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 ja. Warum? Weil mir klar ist, was meine Werte sind, wo ich hin will. Adler sind visionsbezogen. Adler haben ein Ziel, haben Werte und sie werden niemals ihre Werte aufgeben, weil sie eins wissen, ich bin berufen zu höheren Dingen. Und enten, sie kriegen so viele Fragen, Anfragen und sie brauchen so lange mit einer Entscheidung und kaum haben sie entschieden, zweifeln sie und mit der Zweifelsentscheidung schmeißen sie es gerade wieder weg und nächsten Tag überlegen sie sich wieder, was ist der nächste, was ist denn die nächste Entscheidung. Und sie werden, sie sind hin und her geworfen von diesen ganzen Problemen, aber Adler, sie entscheiden schnell und sie bleiben auch bei ihrer Entscheidung. Unser lieben Enten, sie konzentrieren sich auf Probleme und Quaken. Die Adler konzentrieren sich auf Lösungen und Handeln. Wenn du in einen Raum reinkommst und du siehst, einen Adler ist, ist es einer, der Dinge löst, der Dinge tut, der Dinge umsetzt und der eine Lösung hat. Der sieht genauso die Probleme, aber es hilft nichts, auf die Probleme zu schauen. Es hilft ihnen dann, auf die Lösung zu schauen und Dinge umzusetzen. Das sind Adler. Die Entenseele erinnert sich noch nach Jahren an Unrecht, das ihr angetan wurde. Adler, vergeben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Tage der Mutigung bedeutet, dass du deine Vergangenheit loslässt und dass du die Vergebung Gottes annimmst. Bitte vergib deinem Nächsten, bitte vergib deinem Ex-Mann. Bitte vergib deinen Arbeitgeber, der dich fertig gemacht hat. Bitte vergib deine alten Leidenschaft. Bitte vergib den Leuten, die dich verletzt haben in deinem Leben. Bitte, bitte, bitte. Und lass nicht zu, dass dein Adlerfuß mit der Kette der Unvergebenheit auf dem Boden gehalten wird. Mit der Vergebung wird die Kette gesprengt. Und in diesem Moment machst du deine Arme auf, da kommt der Heilige Geist, er schiebt dich nach oben und du wirst zum ersten Mal anfangen zu fliegen. Wie funktioniert das? Ohne Vergebung ist es unmöglich. Bitte, bitte vergib. Ich habe so oft Gespräche mit Enten, die dann sagen, 1990 hat der und der das und das zu mir gesagt. 1994, das und das und das passiert. Und sie erinnern sich noch nach Jahren an das Unrecht, das ihr angetan wurde. Wisst ihr, Jesus hat nicht an das Unrecht zurückgedacht. Nicht an das Problem, wie Leute ihn fertig gemacht haben, sondern Jesus Christus hat vergeben. Und weil er vergeben hat, hat er etwas freigesetzt für die nächsten Generationen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du bereit bist zu vergeben, ist Gott bereit, mit dem Wind des Geistes von hinten sich so richtig fliegen zu lassen. Ich möchte dich ermutigen, bitte flieg. Und ich spüre, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bitte vergib. Vergibt, sodass er euch vergeben werde, sagt Jesus. Bitte vergib. Enten. Sie warten darauf, dass sie gefüttert werden. Und wenn sie nicht genug bekommen, quaken sie. Die Adler übernehmen die volle Verantwortung und holen sich, was sie wollen. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht denkst, mein Pastor ist nicht gut genug und mein Hauskreisleiter hat es nicht drauf und meine Gemeinde ist nicht gut und mein Arbeitgeber ist nicht gut und meine Eltern und meine Kinder und so weiter. Das ist Entengequake. Sie hoffen darauf, sie erwarten, dass Menschen sie füttern, dass Menschen ihr etwas geben. Aber echte Adler sind Leute, die fliegen und sie übernehmen die volle Verantwortung und holen sich, was sie wollen. Sie brauchen keinen Pastor, der ihnen alles befüttert. Sie brauchen keinen Seelsorger, der sie befüttert. Sie brauchen nicht, dass ihre Kinder ihre Bedürfnisse erfüllen oder dass der Arbeitgeber oder der Partner ihre Bedürfnisse erfüllen. Echte Adler sind die, die die Verantwortung nehmen und andere Leute etwas geben. Andere Leute befüttern. Andere Leute segnen. Andere Leute versorgen. Ich möchte dich ermutigen, dass da, wo du bist, sei ein Adler. Erwarte nicht von anderen, sondern gib selber. Und da kommt ein geistliches Gesetz zustande. Jesus sagt, wer gibt, dem wird gegeben werden. Ich in meinem Leben. Ich muss dauernd, wo ich bin, muss ich geben. Darf ich geben. Es ist ein Vorrecht. Und ich weiß eins, nicht die Leute erfüllen meine Bedürfnisse, sondern wenn ich gebe, den anderen Schafen, den anderen Adlerbabys zum Beispiel, dann wird der himmlische Vater mir geben. Gebt, so wird euch gegeben werden, sagt Jesus. Oder trachtet zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugetan werden. Wenn du dich entscheidest, als Adler zu geben, zu segnen, andere zu versorgen und nicht erwartest, dass andere dich versorgen, sondern du gibst selber, ist Gott derjenige, der deine Bedürfnisse stillt und der dich einfach überschüttet mit seiner Liebe. Enten. Sie müssen lieben, was sie haben. Adler erarbeiten sich, was sie lieben. Das ist das Besondere hier. Als Ente kannst du nicht viel entscheiden. So wie es halt ist, ist es so. Aber als Adler ist alles möglich für den, der da glaubt. Adler sind diejenigen, die auffahren und die in eine Ebene des Glaubens fliegen, wo Jesus sagt, alles ist möglich für den, der da glaubt. Ich möchte dich ermutigen, sei ein glaubensvoller Adler. Nächster Punkt. Die Enten. Sie erregen sich über Kleinigkeiten und wollen sich dadurch lebendig fühlen. Adler nehmen sich nicht zu wichtig. Ich kenne so oft Enten, die haben irgendeinen kleinen Gruß, kommt da hoch und dann regen sie sich auf und dann schreiben sie E-Mails und dann machen sie Entenversammlungen und 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 geht richtig ab. Die Lautstärke erhebt sich, der Ton erhebt sich, die Menschen kriegen so ein Gesicht und so. Adler, die sehen genau die gleichen Probleme, aber sie sagen, ich bin noch nicht wichtig. Wichtig ist der, der mich geschaffen hat und das ist Jesus Christus. Und sie wissen eins, mein ganzes Leben vertraue ich dem an, der sein Leben mir gegeben hat und das ist mein Schöpfer, Jesus Christus. Enten. Aus ihrer Sichtweise besteht die ganze Welt aus einem kleinen Tümpel, aber Adler erreichen die höchsten Gipfel. Wenn du in deine Berufung kommen willst, funktioniert das nicht, wenn du rumsitzt in deiner Umgebung und dein ganzes Leben besteht aus einem kleinen Tümpel, sondern fang an, wie ein Adler zu fliegen, indem du so hochkommst und dass du anfängst zu fliegen und dort ist tatsächlich alles möglich. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Und es gibt so wenig Adler in Deutschland, so wenig Adler in Österreich, so wenig Adler in der Schweiz, die anfangen geistlich zu fliegen und geistlich zu regieren. Und es gibt aber so viele Enten und so viele Hühner, die da rumgackern und rumpicken auf dem Boden und sie sich erregen wegen ihrem kleinen Tümpel. Der Adler, den juckt das kleinen Tümpel nicht. Die kleinen Probleme ist für einen Adler kein Problem, weil er einfach darüber hinweg fliegt. Ich möchte dich ermutigen, nimm die volle Verantwortung. Komm auf den höchsten Gipfel. Komm auf den Gipfel, den Gott für dich vorbereitet hat. Geh da hinein und sei bereit zu fliegen wie ein Adler. Geh auf diesen Gipfel hoch. Enten. Sie schimpfen auf die Umstände. Die Adler, sie verändern die Umstände. Wie funktioniert das? Der Adler sagt, ich regiere in der geistlichen Welt. Sie fangen an, hineinzugehen in die geistliche Welt und sie verändern die Umstände. Sie verändern die Umstände mit ihrer Autorität, die sie von Gott bekommen haben. Die Enten wiederum, sie schimpfen. Nur sagen, das kann doch nicht sein. Und wie ist das möglich? Und worum geht das nicht? Und worum geht das nicht? Aber Adler sagen, nein, ich bin derjenige, der das Ding verändert und nicht worum schimpft. Möchte ich ermutigen, die Art und Weise, wie du lebst, entscheidet, ob du eine Ente bist oder ein Adler bist. Enten. Enten, eine Ente watschelt. Kennt das ja. Die watscheln da rum und so. Aber Adler, der weiß genau, wann er seine Kraft einsetzt und wann er sensibel ist. Die Adler haben bestimmte Eigenschaften. Das ist sehr interessant. Sie sind voller Kraft. Und er weiß, er tut seine Kraft nicht einfach so verschwinden. Sondern wenn es darauf ankommt, bei der Jagd zum Beispiel, dann haut er rein, aber so richtig arg. Wenn er aber beim Nest ist mit seinen Kleinen, mit seiner Frau zum Beispiel, mit seiner Umgebung, dann ist er sehr sensibel. Und das sind Adler. Die wissen, wann sie ihre Kraft einsetzen müssen. Und sie wissen, wann sie sensibel sein müssen. Die Enten sind überall gleich. Die watscheln rum, zerstören die ganze Umgebung und es ist nicht toll in ihrer Gegenwart. Aber Adler wissen genau, wann sollen sie ihre Kraft einsetzen und wann sollen sie sensibel sein. Ich kriege ganz oft immer die Frage, wann darf ich mal richtig auf den Tisch hauen? Wann darf ich endlich meine Meinung sagen? Muss ich alle möglichen Leute lieben oder kann nicht mal richtig reinhauen? Und ein Adler weiß eins, wenn der Tod ins Auge guckt, wenn die Krankheit ins Auge guckt, wenn die Umstände schlimm werden, dann nimmt der Adler seine ganze Kraft und er nimmt das Wort Gottes und geht voll rein. Aber mit der ganzen Kraft, was nun geht. Dir geschehen hat deinem Glauben. Und wenn er aber mit Menschen zu tun hat, die ihn auch nerven, hat er eins verstanden. Lieben, segnen vergeben. Er ist sensibel mit Menschen, aber hasst das Böse. Also liebe den Menschen, aber hasse das Böse. Und unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalt und Mächte der Finsternis. Versteh eins, der Mensch, der vor dir ist, ist nicht ein Feind. Nein, nein, nein. Sondern die Mächte dahinter. Und da sei scharf, geh gegen diese Mächte, aber liebe den Menschen, der vor dir ist. Nächster Punkt. Die Adler, die Enten gibt es ohne Ende. Aber die Adler sind selten. Ich möchte dich ermutigen da drin, du bist selten. Dich gibt es nicht oft. Deine Eigenschaften, die du hast, sind nicht oft. Die Eigenschaften, die du von Gott bekommen hast, sind nicht oft. Und bitte, bitte, nimm das ernst. Du bist wichtig, du bist einzigartig, du bist geliebt, angenommen, wunderbar gemacht. Und es gibt dich einfach nicht oft. Es gibt deine Art nicht oft. So suche andere Adler, mit denen du zusammen in der geistlichen Welt regierst. Und nicht eine Entenversammlung, wo Leute da rumquaken da drin. Ein Adler. In ihrer Gegenwart ist man erstaunt, ehrfürchtig und spürt eine gewisse Präsenz. Bei Enten, in ihrer Gegenwart stinkt es. Ich möchte dich ermutigen, wo du bist. Wenn du bei Unteradler sitzt, dann ist die Gegenwart richtig gut. Du bist erstaunt, ehrfürchtig und du spürst eine Präsenz der Gegenwart Gottes. Aber bei Adlern, da stinkst du die ganze Zeit. Adler herrschen und leben. Enten werden beherrscht und werden gelebt. Ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst zu leben. Denn je ist gekommen, dass du Leben hast und Leben im Überfluss. Aber Adler sind diejenigen, wo das auch machen. Die Enten sind diejenigen, wo einfach gelebt werden und beherrscht werden. Bitte leb in deiner Berufung. Unser lieben Adler. Sie schaffen sich eine Umgebung, ja, oder ein Adler schafft sich eine Umgebung, wie er das möchte. Die Enten, sie werden von Umständen beeinflusst, wie Fremde es wollen. Ein Adler lebt in der Selbstständigkeit und er lebt in einer Erfüllung. Am Ende des Lebens eines Adlers wird er sagen, wow, das war ein richtig gutes Leben. Das war eine Umgebung, die ich geschaffen habe. Ich wünsche dir das von Herzen, dass du am Ende deines Lebens sagen kannst, ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe Glauben bewahrt. Fortan liegt die Krone der Gerechtigkeit für mich und auch für dich bereits. Aber Enten sind diejenigen, die die Fremden bestimmen und sie erleben das, was die Fremden wollen. Ich möchte dir ermutigen, vollende bitte deinen Lauf. Vollende das, was Gott dir gegeben hat. Und es funktioniert nur dann, wenn du deine Flügel aufwachst wie Adler und du wieder fliegst. Enten, sie sehen nur Konkurrenten und halten sie dadurch auch sich selbst in Gefangenschaft. Also Enten, sie gucken rum und sehen nur Probleme, Probleme, Probleme und ein Konkurrent und was fällt dem eigentlich ein? Ich bin eifersüchtig auf dem und so weiter. Und während sie das machen, halten sie die Leute in Gefangenschaft und sich selber dadurch auch. Aber Adler sehen das Potenzial in einem anderen Adler und sie führen sie in die Freiheit. Ich spreche heute mit dir bewusst von Adler zu Adler. Ich möchte dich ermutigen, leg dein Entendenken ab und sehe das Potenzial in dir selber und sehe das Potenzial im anderen. Und wenn du diese anderen freisetzt, die kleinen Adlerbabys versorgst und sie freisetzt und sie anfangen zu fliegen mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann bist du ein Adler, weil du andere Leute in die Freiheit versetzt, in die Freiheit erhebst. Eine Ente muss akzeptieren, was sie bekommt. Aber Adler, beim Adler ist es so, was er sieht, bekommt er. Er guckt rum und er sieht, irgendwo ist eine kleine Maus. Wunderbar. Und dann fliegt er runter und bekommt es. Aber eine Ente muss warten, bis irgendjemand kommt und dann das Essen reingibt. Und so möchte ich ermutigen, dass du das, was du siehst, bekommst du auch. Weil Gott gibt dir ein bestimmtes Auge, bestimmte Sichtweise und er führt dich in diese Freiheit hinein. Enten leben in den Tag. Adler haben eine Vision. Der Unterschied ist, wenn du morgens aufstehst, machst du halt das, was du mal denkst. Dann wirst du deinen Lauf nicht vollenden. Du wirst nicht ans Ziel gelangen. Aber Adler haben eine Vision. Sie wissen ganz genau, mein Leben ist dazu da, damit Veränderung geschieht. Mein Leben ist dazu da, um Menschen freizusetzen. Für einen Adler ist es so, er geht aus einem Sturm Stärke heraus, als er reinging. Eine Ente, bei einem Sturm hat sie Angst, dass sie das Wenige, was sie noch hat, auch noch verliert. Und dieses Wort ist so wichtig für unsere heutige Zeit. Ich möchte prophetisch in dein Leben hineinsprechen. Wenn du ein Adler bist, wirst du aus der Corona-Krise stärker rausgehen, als du hineingegangen bist. Wenn du ein Adler bist, wirst du aus der Ehekrise stärker rausgehen, als du hineingegangen bist. Wenn du ein Adler bist, wirst du aus den Schmerzen der Unvergebenheit, aus den Ablehnungen der Menschen stärker rausgehen, wie du hineingegangen bist. Wenn du eine Ente bist, dann wirst du Angst haben. Oh nein, oh nein, oh nein. Dieser Sturm, diese Probleme, diese Sachen, nehmen auch noch das weg, was ich habe. Und Jesus sagt hier, wer hat, dem wird gegeben werden. Wer nicht hat, also diese Vision, diese Entschlossenheit, wer nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Das ist ein geistliches Prinzip, das Jesus uns erklärt hat. Und ich möchte dich ermutigen und das prophetisch reinsprechen in dein Leben. Bitte nimm dieses Wort an. Du wirst stärker aus dem Sturm rauskommen, wie du hineingegangen bist. Enten, sie regen sich schnell auf. Adler sind geduldig. Wenn ein Adler seine Stimme erhebt, entsteht Erfurcht und Respekt. Wenn eine Ente ihre Stimme erhebt, nervt es nur. Die quaken rum, wach, 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 wach. Das nervt, ja. Aber die Adler, wenn sie ihre Stimme haben, dann ist alles ruhig. Und so ist es in deinem Leben. Wenn du deine Stimme erhebst, welche Reaktion kommt zustande bei Menschen? Möchte ich ermutigen, dass Respekt und Ehrfurcht zustande kommen. Nicht wegen dir, sondern wegen deinem König. Adler. Weiß, was er spricht und worum er das tut. Enten, die plappern dauernd. Bitte wisse, wann du sprichst und warum du sprichst. Und plappere nicht in den Tag hinein. Rede nicht ohne Ende. Die Leute nervt es einfach nur. Plappere nicht den ganzen Tag, sondern wenn du sprichst, weißt du, was du sprichst und wann du sprichst und warum du das auch tust. Ein Adler repräsentiert Kraft, Stärke und Erhabenheit. Eine Ente repräsentiert, jetzt kannst du selber dir ausdenken, was sie repräsentiert. Eine ganz andere Ebene. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du Kraft, Stärke und Erhabenheit hast. Wenn Menschen dich angucken und sagen, wow, was ist das für eine Person voller Kraft, voller Stärke, voller Erhabenheit, dann bedeutet das, du bist eine Person, die als Adler geboren wird und die als Adler lebt. Ein Adler lebt für seine Familie. Und eine Ente lebt für sich selber. Mit dem letzten Punkt, mit dem Vergleich wollen wir langsam zum Ende kommen. Adler landen auf den höchsten Bergen. Adler landen im Backofen. Ich möchte dich ermutigen da drin, wo wird dein Ende sein? Wirst du auf den höchsten Bergen sein? Wirst du auf den Bergen, wo Gott dich berufen hat zu sein? Die Vision, die er dir gegeben hat vor Grundlegung der Welt, die Vision, die du schon bekommen hast, als es ein Kind warst, die Vision, die dein Herz zum Schlagen bringt, die Bestimmung deines Lebens wirst du nur erreichen, wenn du auf diese höchsten Berge landest. Oder wirst du ein Produkt sein der Menschen, die dich einfach benutzen und sich einfach für ihre eigenen Zwecke verwenden. Ich möchte dich ermutigen, die Entscheidung liegt nicht bei den Menschen. Die Entscheidung liegt nicht bei deinem Nachbarn oder bei deinem Ehepartner oder bei deinem Pastor oder bei deinem Geschäftspartner oder bei deinem Chef. Die Entscheidung liegt in deiner Hand. Wir wollen enden, so wie wir begonnen haben, mit diesem Psalm 103, Vers 1-5. Und da sagt uns das Wort Gottes, diesen Psalm, wo es so wichtig ist für unser Leben. Da steht drin, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht all seine Wohltaten. Der vergibt alle deine Sünden. Der heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube. Der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst zu leben wie ein Adler. Wie funktioniert das? Wir haben es gerade eben gelesen. Preise den Herrn meine Seele. Ich möchte dich ermutigen, wenn du schwierige Zeiten hast in deinem Leben, fang an zu preisen. So beginnt dieser Psalm. Du fängst an, Gott zu preisen, weil du eins weißt, mein Gott hat die beste Zukunft für mein Leben. Mein Gott ist derjenige, der alles neu macht. Mein Gott ist derjenige, der mich erfüllt. Mein Gott ist derjenige, der solche gute Pläne hat für mein Leben. Und du entscheidest dich, auch wenn du weinst, auch wenn es wehtut, entscheidest du dich. Ich preise Gott mitten in diesen Umständen. Wie Paulus im Gefängnis war und die Umstände waren blöd und waren daneben und sie waren in Ketten. Aber was haben sie gemacht? Sie haben Lobpreis gemacht. Sie waren wie Adler und sie haben Gott angebetet. Und während sie Lobpreis gemacht haben, sind die Ketten aufgegangen. Es kam ein Erdbeben rein. Sie sind einfach rausgekommen. Also wie kannst du als ein Adler leben? Wie kannst du als ein Adler vorankommen? Wie kannst du als ein Adler laufen? Die Antwort ist, fang an, Gott zu preisen. Der nächste Punkt. Verstehe eins. Du trägst die Anlagen, die DNA eines Adlers in dir. Egal, was Menschen zu dir gesagt haben. Egal, was Menschen jemals zu dir sagen. Wichtig ist, verstehe eins. Ich bin ein Adler und ich habe etwas von Gott hineinbekommen. Ich bin etwas Besonderes im Reich Gottes. Dann haben wir gelesen in Jesaja Kapitel 40. Das war die zweite Bibelstelle, die wir angeschaut haben heute. Aber die auf den Herrenhaaren kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügel wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Also wie kannst du, welche Voraussetzungen sind da, dass du als Adler fliegen kannst? Wie funktioniert das? Ich habe es gerade gesagt. Wisse, dass du die DNA hast, die Anlagen. Fang an, den Herrn zu preisen. Und was wir gerade gelesen haben, hoffe oder hare auf den Herrn. Ja, hare und hoffe auf den Herrn aus Jesaja 40. Wir wollen auf den Herrn hoffen. Bitte leg deine Hoffnung nicht in irgendeinen Menschen. Lege deine Hoffnung in dem Herrn. Das sind Adler, die bereit sind, ihre Flügel aufzumachen. Und dann der letzte Punkt. Bleib nicht zu Hause hocken. Bleib nicht sitzen und warte, bis endlich mal was kommt. Sondern nein, da steht drin in Jesaja 40, dass sie mit ihren Flügel auffahren wie Adler. Bitte mach deine Flügel auf und fahre auf. Fang an zu fliegen. Steige auf. Wie funktioniert das? Du machst deine Flügel auf, ergreifst es in Glauben und sagst, Jesus, ich möchte ab jetzt fliegen. Fang an, Gott zu preisen. Wisse, du hast diese DNA. Haare und hoffe auf den Herrn und fange an zu fliegen. Mach deine Flügel auf. Wie funktioniert das? Über die Zeugnisse habt ihr das viel gehört. Über die Lebensgeschichte von Maria habt ihr das gehört. Über meine Lebensgeschichte habt ihr das gehört. Ich war damals unheilbar krank und habe immer wieder gesprochen, durch seine Striemen bin ich geheilt. Ich habe das Wort Gottes genommen, ich habe es ausgesprochen. Jesaja 53, durch seine Striemen bin ich geheilt. Und in diesem Moment habe ich meine Flügel des Adlers aufgemacht. Und der Wind des Heiligen Geistes kam. Das ist die Kraft Gottes. Und hat mich empor gehoben da drin. Wir wollen langsam zum Ende kommen. Und ich möchte noch ein paar Eigenschaften dir sagen von einem Adler. Das Gute ist, er hat eine Vogelperspektive. Er guckt von oben auf die Probleme drauf. Wenn du eine Ente bist, guckst du auf den kleinen Tümpel und denkst, das ist ein mega großes Problem. Wenn du als Adler fliegst, guckst du auf diesen kleinen Tümpel und bemerkst ihn kaum. Deine Probleme sind so groß, wie du sie machst. Wenn du von oben drauf guckst und Gott preist, wirst du darüber wegfliegen. Wenn du nur über die Probleme sprichst, werden sie immer dein Leben bestimmen. Und unsere Aufgabe ist aber nach Markus 11, sprich zum Berg. Heb dich empor und wirf dich ins Meer. Und wenn du das tust, hast du diese Vogelperspektive. Ein Adler ist mutig, stark und erstaunlich geschickt. Er kümmert sich voller Hingabe um seine Jungen. Er ist bereit, alles zu geben für seine Jungen. Ein Adler ist ein zuverlässiger Partner. Er ist treu bis zum Lebensende. Ich möchte dich ermutigen, treu ist etwas ganz Wichtiges, das Gott uns gegeben hat. Du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Bitte achte das. Ein Adler hat Selbstvertrauen. Er weiß nicht erst besonders, sondern er dient jemandem besonderem. Das ist Jesus Christus, aber er hat starkes Selbstvertrauen. Ein Adler stellt sich den Stürmen des Lebens, er hat keine Angst vor dem Problem, er stellt sich einfach, ein Sturm kommt. Und wisst ihr, was das Gute ist? Wenn ein Sturm kommt, fliegt der Adler einfach über den Sturm weg. Der Sturm kommt da unten, er fliegt einfach drüber und wieder runter. Eine Ente, die muss den durch den ganzen Sturm ertragen und hat Angst, dass sie dann noch kaputt geht dran. Und der letzte Punkt, der mir wichtig ist, der Adler hat einen geschärften Blick für thermische Winde. Eine Ente ist total überrascht, wenn der Sturm kommt und sie fertig macht. Der Adler hat einen Blick, hat so eine Intuition. Er spürt, da hinten braut sich was an und fängt schon an zu fliegen und rettet sich und seine ganze Familie. Was bedeutet das? Wenn du als Adler lebst, hast du einen geschärften Blick für die Führung des Heiligen Geistes. Und Gott kann dich hinführen an bestimmte Orte, bevor der Sturm kommt. Er kann dich versorgen, bevor der Sturm kommt. So wie die Arche Noah. Er kann dich retten, bevor die Flut kommt. Er kann dich retten vor dem Schrecken in der Nacht, bevor diese Angriffe kommen. Und das können nur die Adler, wenn sie Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Und das sind diese thermischen Winde. Du kannst es spüren, wenn der Heilige Geist etwas sagt. Und das wünsche ich dir von Herzen. Du wirst in deine Freiheit dann hineinkommen, wenn du bereit bist, alles zu geben für den, der alles gegeben hat für dich. Und ich ermutige dich, sei keine Ente, sei ein Adler.